Und unser eindrückten Punkt heute ist eigentlich das Jeans-Dachmanail. Zu uns kommen ganz viele Kunden und sagen, ich fahr viel Fahrrad und meine Jeans ist immer hier durchgescheuert. Ich habe eine zuhause liegen, die ich dachte schon, wo ich bin. Okay, also bei euch kenne ich auch sehr gut. Wir haben auch hier eine Karte mit dem Weg. Genau, das ist so der eindrückten Punkt. Und heute haben wir einfach alles mit Fahrrad mitgebracht. Wir haben ganz viele T-Shirts mit Fahrradfrains, Bügelflicken mit Fahrrädern, Socken und so. Also wir sind einfach hier vorne im M2 gleich zu finden. Ja, alles was sehr nachhaltig ist. Die nachhaltige Dienste sind Mittel, die man schon entschreiben kann und das eben reparieren kann. Okay. Aber Textil ist auch, das Toilament ist Textil, oder? Genau, ja. Es geht ein bisschen darüber hinaus in Richtung Geschenkartikel. Aber jetzt ist alles fair. Und sind Sie zufrieden mit Ihrer Lage hier? Ich sag mal so, hier können Sie wahrscheinlich nicht bezahlen und die Kunden kommen sehr gezielt zurück. Und wenn man uns einmal gefunden hat, dann sind wir ja gut zu erreichen. Also dann sind wir ja fast abgeraten. Wir müssen anderswo auf uns aufmerksam machen. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, wenn wir hier einfach sein können und sagen, ja, da ein paar Meter weiter ist der Laden immer zu finden. Ja. Prima. Vielen Dank. Viel Erfolg.